Ja, hilft alles nichts. Ich brauche mehr Holz. So, ich habe ja noch ein bisschen Holz. Hallo? Hallo. Ich kann meine Töne nicht mehr überdienen. Ich kann meine Töne nicht mehr überdienen. Ah. So. Äh. Okay. Ich kann meine Töne nicht mehr überdienen. Ich kann meine Töne nicht mehr überdienen. Perfekt. So, mal eben zum Bauen eine Treppe hingesetzt, damit ich hier auf mein Dach komme. So, dann mal eben das Dach fertig bauen. Ich befürchte, dass wir mit den Blöcken nicht auskommen werden. Aber dann müssen wir nochmal Holz sammeln gehen. Das geht ja schnell. Oh. Oh. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ey, Saubär. Ja, irgendwie habe ich da offensichtlich kein Talent für. Ja, macht nichts. Ich auch nicht. Haha. Ja, gut. Man muss ja auch sagen, es ist halt kein Jump'n'Run-Spiel, ne? Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ja, ich hatte es fast befürchtet. Ich brauche neues Holz. Ooooooh. Na ja, dann fällen wir noch mal ein paar Bäumchen hier. Roms, hoppala. Äh, hallo? Ah. Okay, ich brauche größere Bäume. Ja. Über den hier. Ja, irgendwie braucht man doch ziemlich viele Ressourcen so insgesamt. Ja, das auf jeden Fall. Ich sehe schon wieder einen Werwolf. So, pass auf, den schnappe ich mir jetzt mal. Was sagt mein Inventar? Ja, easy. Komm her, mein Freund. Voll den Werwolf wieder gemäht. Hey, sauber. Ja, wobei der hat mich auch ganz gut getroffen, der Sack. Also quasi zwei von den Viechern. Überlebst du ohne Fernkampfwaffe irgendwie nicht so dolle. Na ja, wer weiß, ob mit Fernkampfwaffe. Ja, da kann ich wenigstens ein bisschen besser weglaufen und trotzdem noch Schaden aus der Entfernung machen. So, dafür muss das Schaf jetzt dann glauben. Roms. Oh, mein Inventar ist voll. Schade. Na ja, dann gibt's halt keine Wolle und keine Leber und keine Wolle. Ich glaube, ich muss einfach mal was essen hier. Da trinke ich noch mal was. Und da bin ich wieder. So, was sagt mein Inventar? Ich hab noch Platz für Holz. Das ist natürlich praktisch, dass ich Holz brauche. Ey, bist du noch da? Moment. Zombie-Gemetzel. Ah. Und? Ja. Hatte nix dabei. Ja, sauber. So, dann gehen wir mal zurück zu unserer Base. Guck mal, mein Inventar ist nämlich schon wieder voll. Aber ich kann zumindest noch Flax mitnehmen. Auch eine riesen Ausbeute, genau ein Flax auf dem Weg. Haha. Oh, nee. Noch ein zweites. Ja, jetzt lasst du ihn nicht mehr, ne? Haha. Das wäre natürlich auch ein Vorteil, wenn ich die Tür zumachen würde, wenn ich meine Base verlasse, ne? Auf jeden Fall. So, packen wir hier wieder alles. Achso, nee. Das nehme ich mit. Das lasse ich noch hier. Das kann man nämlich noch braten jetzt. So, dann mache ich mir nochmal neue Holzblöcke. Cool. Das ist wichtig. Also хочу auf jeden Fall. Wenn ich noch mal nefeuße, dann- - - - - - - - - Hey, mein Haus ist fertig. Was, Mittag und allem? Ja. Ja, meins nicht. So. Aber ich überlege mir jetzt, ich glaube, ich verstärke das nochmal. Was für Steinblöcke baust du denn? Bei mir braucht ein Steinblock 35 Steine. Sag ich dir sofort. Oh, Tatsache. Huch. Na, hab ich mich eben vertagt. So, das dürfte ja mittlerweile fertig sein hier, oder? Oh, noch nicht ganz. Die 5 Sekunden warten wir jetzt noch. So, dann können wir das nämlich wieder ausmachen hier. So. 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 Das ist aber hier gerade nochmal raus. Der sagt mal raus. Eigentlich würde mir nämlich gerne jetzt mal ein bisschen Stahl herstellen. Ey, hast du auch schon Stahl? Nee, dazu fehlt mir das Öl. Haha. Ö. Wieso habe ich jetzt mein Eisentor, mein Tor abgebaut? Kind. Und? Okay. Oke. So, dann gehe ich in der Zeit noch mal ein bisschen Holz farmen. Ey, jetzt fliegt mir der Baum schon wieder 30 Kilometer weg, das gibt es noch nicht. Was soll denn das hier? So, nochmal eben was zu trinken holen. Ne, mach das. Okay. 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 Dieser Baum will mich doch verarschen, oder? Und Reh. WB. Irgendwie wollen die Bäume mich hier echt verarschen. Oh, ich muss noch mal was trinken. So, ich klicke da nur 90 rein, weil man immer 10 Stück braucht, damit das verarbeitet wird. Mal an. So, wir wollen mal ein paar Sticks hier mitnehmen. Okay. So, dann schwinge ich mich mal eben da unten zum Strand hin. So, dann schwinge ich mich mal an. 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 Vielen Dank.